Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich muss groß, lassen Sie mich in Ruhe. Du bist ja auch groß. Seid ihr alle verheiratet am Tisch? Nee, ich heirate erst ... In Berlin oder auf dem Land? In Berlin. Welcher Stadtteil? Mitte. Hates Kreuzbehör. Toll. Wie viel Geld wir wechseln? Das zieht mich runter. Ich hätte da fast eine fröhliche Todesgeschichte. Wir können noch mehr über Sex reden. Sex interessiert euch jeden. Aber das muss ja gar nichts reden. Let it fall to the ground. There lies the road. Reaching for the streets. Finde ich wirklich. Die steht auf der schwarzen Liste in Rom. Die, die anrufen, sind ja oft so 14-Jährige. Jungs. Stimmt. Gibt es 500 Euro, wenn ein Foto abgedrückt wird. 50. Wirklich? 50. Wenn du einen Promi siehst, rufst du die 1414 an. Und wenn sie dein Foto drucken, kriegst du 50 Euro. Ist ja schrecklich. Okay. Ich schaue mal in einer Diskothek in Innsbruck. Das war so ein Spiegel, gegen den man pinkeln musste. Und dann habe ich im Spiegel, während ich selber gepinkelt habe und mich selber pinkeln gesehen habe, im Spiegel gesehen, dass hinter mir zwei junge Bolschen standen und ein Foto gemacht haben. Von Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. We did it. Einfach in der Küche abstellen. Ich richte es gleich an. Ach toll. So kenne ich Julia. Geil. Extrem auffällig, die roten Schuhe. Man kann ihn nicht verlieren in der Stadt. Boah. Also investigations, man kann ihn nicht verlieren. Das ist eine Wissenschaft. Ja, ich bin froh. Ja, ich esse auch. илиboah.